Wir sind hier in Feldkirchen-Westerham, stehen auf dem Baugrundstück von Wernl & Partner, wo wir sieben Häuser errichten werden. Fünf Einfamilienhäuser und zwei Doppelhaushälften. Feldkirchen-Westerham liegt in der geografischen Mitte an der A8 zwischen München und Rosenheim. Ist natürlich super, wenn man innerhalb von 20 Minuten sowohl in München sein kann als auch in den Bergen. Hier im Mangfalltal hat man zahlreiche Naherholungsgebiete, Möglichkeiten Sport zu treiben. Aber es ist auch alles vorhanden, was man braucht. Das heißt Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten. Diese Häuser, die wir hier errichten werden, denen wird es auch an nichts fehlen. Wir haben Gebäudekühlung in den Häusern, Fußbodenheizung auf allen geschossen, das heißt auch inklusive Keller. Es ist ein außenliegender Sonnenschutz vorhanden. Man kann Photovoltaik mit Stromspeicher nachinstallieren. Man kann in der Garage ab Stunde Null laden. Man hat hier Starkstrom in der Garage vorhanden. Es gibt selbstverriegende Haustüren mit Fingerabdrucksensor und und und. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten durch unsere Innenarchitekten für Sie. Heute in einem Jahr hier können Sie wohnen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020